Ich habe einen Plan, die so ich das Bild da zweimal habe. Ich weiß nicht, ob ich alles ausdrucken muss, um jetzt drüber nachzudenken. Noch mehr als nie. Swinitod. Wir haben ja Swinitod, Swinitod Manga. Oh yeah, das habe ich sogar schon. Warte, jetzt muss ich unbedingt mal einscannen. Swinitod und Nian und Gion. Ja, das tue ich noch auf die Seite. Da habe ich Swinitod angefangen. Also mit dem Titelbild praktisch. Äh, egal. Brauche ich jetzt nicht. Jetzt gehen wir wieder rein. Ich bin noch so ein bisschen rumgugelnder. Da habe ich jetzt noch ein altes Bild. Noch mehr. Noch mehr. Da hatte ich mal diesen Manga da von Swinitod ausgedruckt. Und dahinter noch diese Strafarbeit, die ich nie abgegeben habe. Ja, ich habe schön schön hässlich geschrieben, damit ich das schnell durchkriebe. Ja, ähm, egal. Das ist jetzt unwichtig. Brauche ich ja sowieso nicht mehr. Also, wir haben die südafritannische Karte gekauft, die ich nach der Schule irgendwie, weil wir da das South Erika in Englisch gehabt hatten und dann mussten wir das irgendwie, keine Ahnung, als Aufgabe machen. Und dann haben wir wieder Bilder. So, das ist irgendwie keine Ahnung, weiß ich selber nicht mehr, was ich dazu passen soll. Also, da steht gar nichts drauf auf dem Letzchen. So, dann habe ich hier noch mehr. Anime-Bilder. So, Anime-Bilder. Wo ich die meisten gar nicht kenne davon. Ich habe Halloween-Bilder gesucht. Hinten habe ich ein bisschen Skardagory Pleasant gemalt. Ja. Ja. Ähm, Sekunde. Ich kriege das jetzt gerade nicht raus. Äh, klar. Wie weißt, sieht scheiße aus. Hier ist der gute Teil. So, ähm. Also, ich kriege es wieder rein. Was haben wir da? Zelda-Jupiter, okay, ich soll vielleicht mal die Kamera drauf tun, das haben wir für euch schon gesehen, das habe ich schon noch hinter, Zelda-Mine, und Bunny, Zelda-Moon Wikipedia, Zelda-Moon, Zelda-Marsch, Zelda-Marsch, und ein, ja, kein Plan mehr, was das heute ist. Jetzt noch mehr Bilder, das sind auch bloß Bilder, Bilder, das sind auch alles Bilder, entweder sage ich gar nicht mehr aus dem Internet, Nana, hä, 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 wir haben mir alles, was auch die Nana nicht mehr. Luzi Luzi Marito Luzi Luzi Ah ja und die Geburtstag hatte für meine Schwester Geburtstag ist schon ewig vorbei aber mein Gott Die hab ich total vergessen Text für Tipplied von Hiro Rashi Toll Kann ich jetzt sowieso schon auswendig Dann noch eine Anime-Bilde Äh ja Jetzt sind auch ein paar Bilder Ähm noch mehr Bilder Das war von Marito Dieses Anmeldungs-Dings da Wo man seinen Namen draufschreiben muss Irgendwie keine Ahnung Alter Da hab ich noch was von Die Ewigkeit die du dir wünschst Ja ich wünsch mir eine Ewigkeit Ferdi eine Ewigkeit Da hab ich dann noch mehr für das Referat Das würden die Referatungen über Hiro Rashi machen Aber das durfte ich nicht Weil es musste ein Künstler sein Oder ein Kunstarzt Deswegen hab ich dann Manga gemacht Dann hab ich da noch mehr Bilder Und das sind auch noch Bilder Ja jetzt kann ich den ganzen Scheiß wieder einräumen Weil jetzt hab ich den ganzen Scheiß gesagt Egal Das hat jetzt keiner gehört So Und das beenden wir dann jetzt auch mal Ja Ciao 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 Ciao